Ich liebe es, einfach in die Wolken zu schauen. Komm schon, probier's doch einfach mal. Na gut. Schau mal, die da vorne sieht doch aus wie ein Eichhörnchen mit einer Nuss. Also für mich sieht die eher aus wie eine Wolke. Oder guck mal die da drüben, die sieht doch aus wie ein Hase. Ich glaub eher, du leidest an Pareidolien. Weißt du was, es reicht mir. Ich hab keinen Bock mehr auf einen unkreativen Typen wie du, mit keinem Funken-Fantasie. Warte, ich seh jetzt doch was.